Moin moin Wannack Teamfreunde und äh mit der Big Boss hier am Start Ne der Chaos Boy N20 Ja oh der Chaos Boy warte schon mein Mikrofon bisschen weiter weg hier ist und so höre ich das hässliche Echo Also letztem Video der ganz gute Klapp in dem Echo Bin ich gerade im Video mit High Speed gelaufen? Ich meine keine Ahnung Wo war mein Herr Big Boss? Ich glaube ich bin jetzt mal irgendwo in wo keiner ist Da ist Tomatotampel, da geht viel hin Tomatotampel Was Leaky Lake? Als ob das heißt wirklich Leaky Lake? Nein, Ludlake ist tot Alter, das habe ich jetzt erst gesehen Oh mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr ein Ludlake der Hausmeister sein, Leaky Lake nur noch Das heißt Freunde, wir können als nächstes irgendwas in Leaky Lake oder wie das heißt erwarten Leaky Lake Digga was mit deinem Naja Streams kann ich gerade nicht machen Es wird auch oft gefragt Also es geht nicht, ich habe jetzt nichts womit ich streamen könnte Mein Handy stützt auch wenn ich streamen Fortnite Zu viel Überlastung Ein PC weiß ich nicht ganz wie es funktioniert Und auf Xbox kann man nicht über YouTube streamen Aber man konnte es mal Aber da kam ich ein bisschen zu spät Ja okay, gehe ich halt im Tunnel Also bei Laptop könnte ich es ja schon machen Ich habe es ja mal angekündigt Aber ich habe kein Fortnite auf dem Laptop Und ich weiß nicht wie ich es machen kann Ich muss da ein paar Zufrunds oder so angucken dabei Wie geht es auf YouTube zu streamen? Ja, das weiß ich schon Oh, ich habe auch schon ein OBS Studio Ich glaube viele kennen das vom PC haben Ist auch eine Aufnahme App Habe ich auf dem Laptop wieder Aber ja, mein Laptop ist zu schwach für das Aufnehmen und Streamen von Fortnite Vor der Niete Also kurz gesagt, er ist zu scheiße Wollen wir erstmal gucken wie irgendjemand ist Und wie soll ich hier wieder runterkommen? Ah, hier ist jemand Wer will sich verarschen machen? Komm mal Ich habe gerade gar nicht bemerkt Ich habe gerade gar nicht bemerkt dass ich den Lama-Skin genommen habe Komm mal zu mir, hier ist jemand Mar發現 Ja, was ist denn? Rekord Hä, wo ist denn? Digga, was ist mit ihm los? Der soll jetzt mal rauskommen. Ja, aber ich brauch erst mal weg hier. Der soll kommen, der Typ. Ah, vielleicht überlebe ich das ja. Nimm mal das da mit. Meine Kameraden. Hey, wo oben in der Tür jetzt? Ja, da war's. Wie an der Seite. Wenn das gleich erschossen werde, dann ist es deine Schuld. Ja, ich geh einfach mal hier rein jetzt. Hey, ich geh jetzt raus im Scheißhaus, Alter. Ich will jetzt so gern hochjagen. So. Die haben wir schon mal kaputt gemacht. Oh, jetzt ist er auch kaputt. Ja, das war toll. Machen wir mal noch eine Runde. Aber diesmal muss Big Boss ein bisschen länger leben. Und der Sechse ist irgendwie ein riesiger Typ mir jetzt. So, ich will mal einen anderen Skin, den soll ich ja nehmen. Achso, und Skullschuber erstmal wieder im Shop. Ja, das geht leider nicht mehr selten. Es gibt jetzt hier Neues. Also, ich würde mich immer gern wissen, wenn man Skullschuber schon hatte, würde man das jetzt auch hier feig schalten, dass man den grün machen. grünes Glühen machen kann, wenn wir den schon vorher hatten. Wie geht das auch, oder? Ja. Boah, die Spitzel finde ich extrem geil, aber ich hab kein Geld, die zu kaufen. Also, ich will mir die auf jeden Fall kaufen. Ey, am Blau sieht die voll geil aus. Geldschupe, ja. Und ne Fallschirm. Ah, ist eigentlich auch ganz okay, ja. Tore, ja. Infinity Depp. Endlich Depp am Wasser gebaut. Ja. Na, nehmen wir mal einen Teddybär. Der bringt vielleicht ein bisschen Glück. Jetzt warten wir bis Big Boss wieder da aus. Vielleicht ist er dann wieder da. So, Big Boss ist wieder da, wir können loslegen. Gehen wir aus der Runde raus. Okay. So, machen wir mal hier bereit. Schon eigentlich alles hier zum Dancen. Bis da. Ich muss mal ein bisschen öfter als Red Deadly Welt spielen, damit ich ein bisschen Kohle kriege. Aber lass mit dem Mikrofon los, ey. Ja, also schreibt mal in die Kommentare oder gebt ein Like, wenn ihr Red Deadly Welt mal sehen wollt. Wenn ich es mal wieder spiele, dann kann ich mir mal wieder das Neues kaufen. Okay, Emo ist weg, spiele ich mal kurz. Solo versus Duo. Eiline gegen diesen und diesen zum Beispiel. Oha. Das hat schon mal eine Kohle gehabt hier. Ich habe das leider nicht schon fick. Ah, das habe ich. Schon Arsch weg. So, land mir dann. Big Boss ist weg, dann land mir nicht Fatal Fields eigentlich eine Ziele hin. Flush Factory landet keine Sau, da gehen wir lieber Fatal Fields. Ah, kämpf mir lieber jetzt. Und mein Gecko freut sich natürlich auch gerade hier. Halt sich mit einem Schwanz am Rucksack fest. Jetzt nicht zweideutig denken mehr, liebe Leute. So. Wo landen wir denn? Ah, das sieht doch gar nicht so viel aus wie gedacht. Hat mir aber hier eine kleine Schone hier. Und hier ist eine Küche. Eine Küche. So, bilden wir uns erstmal die Chilis. Die Eagle ist echt gut, aber die kann ich gut spielen eigentlich. Damit tutsche ich mir die Headis hier heraus hier. Oh, das kann ich auch mal mitnehmen. Ne, ich habe ja schon die Gönne und so. So. Wo sind sie denn? Oh ja, im letzten Video hat einer in die Kommentare geschrieben, der will eins gegen eins. Also wenn du wieder zu guckst. Äh, kaum. Ich habe ja danach vergessen. Also du weißt ja. Dann schick mir einfach mal, schreib mal in den Kommentaren mal deinen Namen. Wir werden die Games dann. Können wir mal im nächsten Video gegeneinander battlen, ja. Ja. Also wenn ich da zeitlich. Äh, Zeit hab. Zeitlich, ja. Ja, dann können wir erstmal ne Runde zusammenspielen, dann fürs Video Battle Modes richtig, damit wir unsere Stärken wissen. Hier ist doch irgend so ein Spaß, oder? Ja. So, hier ist ein Tal sozieren, ja, ja, mach ich dir halt da hin. Scheiß, wo ist der? Ach du Scheiße, ein Bob der Baumeister. Hallo, ich bin ein größter Fan. Ich bin ein größter Fan, Bob der Baumeister. Fick dich, dicker, oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, geh weg, nein, verbissen Sie sich. Oh, hier ist ne Küste. Kleine Munition, hm. Was ist das? Sturmgewehr. Oh, kann man mitnehmen. Oh, hier ist der Ende hier. Hallo. Hallo. Na, wo ist er denn? Ah ja, wenn er hilft, dann zieht er mich, ja. Oh. Es leckt ein bisschen oder so. Oh, wo bin ich jetzt? Scheiße. Ey, der ist schon wieder in so einer Scheiß Base, oder? Ist das ein Nose-Ginner? Digga, wo ist der? Will der mich verarschen, oder was? Ah nein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob es das aufgenommen hat oder nicht, aber ich habe einen gelockt. Hauptsache etwas. Big Boss ist afk, ja moin Digga. Läuft. Also gut, Leute. Das war's mit diesem Video. Hoffentlich hat es euch irgendwie gefallen. Zwei Runden waren jetzt nicht die Besten. Ich fand sie ganz gut. Big Boss war sehr afk hier. Okay. Ja, also gut, der, wo mich herausfallen will, schreibt mal eure Namen. Schreibt mal eure Namen in die Kommentare. In die, wo sie gegen mich battlen wollen. Ja, mal gucken. Also wenn ihr den Namen reinschreibt, ihr müsst ihr ja annehmen. Freundschafts-Anfrage. Können wir in dem nächsten Video mal battlen. Also, bis zum nächsten Video. Und ciao. Bitte.